Wir schauen mal was wir heute machen. 30 Arena Kämpfe gewinnen. Jetzt fehlen mir nicht mehr viele. Nein, ein paar noch. Gegen Stevie. Butters. Let's get ready to rumble, baby. Tja, da kannst du glaube ich nicht viel tun, mich zu ignorieren. 3F, ok. More Descentrales. So, bereit dir in den Hinten zu treten, mein Freund. Einen Quagmire, in dem kann ich dann die Sportkarte. Mal den Essenstruck. Eine äußerst schmerzliche Erfahrung. Dauntons. Let's go mit Quagmire. Quagmire. Dem kann ich... ...die Sportkarte. Jetzt... ...gall versichern. Dann kann ich die Karte wegschießen. Jetzt knallt's Gewalt. Hey baby, yeah. So. Ich glaube wir sind uns eigentlich... Das war's. Oh, schade. Oh, schade. Das war's. So. ... 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 Gegen Papa, 77 Let's get ready to roll So, womit fangen wir denn an? Wir machen erstes Mal Mord Okay, du Schokolade essen, Freundchen, das müssen wir gleich machen Was kommt denn noch raus? So, jetzt ist dein Vorsprung aber gleich, wer hat denn noch einen Freund? Oh, da haben wir doch noch was Den, oder Kunst? Wir machen Bürgerboss Yeah, Bürgerboss, voll psycho Ein Zäpfchen Propane Hab ich auch Okay, Mensch, ist es gut Ja, aber Hier war mein Freund Sowieso bald vorbei Gleich ist es gelaufen Gleich ist es gelaufen Ich war mit nem Kostümchen Ich glaube auch, dass wir Freunde sind Ich könnte nochmal zwei Karten auspacken Also zwischendurch Bevor ich mit Banesbro weitermache Was ist man hier? Ich habe mir schon zwei Karten aus Mal gucken, was wir kriegen Äh, Inner Shirt Minitoba Splitter 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 Gewöhnische Splitter Gewöhnische Splitter Gewöhnische Splitter Ich bin gegen Banesbro, man Jo Bro Was up So Jetzt schauen wir doch mal, was wir mit ihm anstellen Hm, den habe ich nämlich mit Chris freigestaltet, wie ich das gerade sehe Mit Chris habe ich gerade hier von den Sachen noch gar nichts Chris, Schule und Frey Hm, nun gut Guck mal, mein Peter kommt da erstmal raus Dann kommt der in meinem Kostüm Okay Dann komme ich jetzt mal mit Linda raus Hey So, wen kriegen wir denn? So, was mache ich denn jetzt hier? 4, 11 Hm Hey, das ist aber nicht fair, Gamer Chris Das ist wirklich nicht fair Find ich nicht toll Mein Peter Copter wird sterben Ich hätte ein Drucklevel in Sohn Mein Peter Copter ist tot Das ist einfach nicht zu glauben Ach komm Das überlebt er ja dann nicht in der nächsten Runde Okay Jetzt kommt der in meinem Peter Copter Ja, ich weiß Warte mal Jetzt wollen wir erstmal auf ihn das Kostüm Ich will ja noch was rausholen Ich will ja noch was rausholen Oh, so ein Gamer-Chris. Nein, ey, ich wollte dort! Oh, sch... Stimmt jetzt. Hätte mich jetzt mal geärgert, wenn es anders da geraufen wäre. Kaffee... Ich will nicht practice. Hier geht's nur kämpfen, Mann. Mein Freund. What? Ach so! Okay, ich hab... Das geht jetzt gar nicht mehr. Dann gehen wir mal zurück. Machen beim Abenteuer ein Stück einkleiden. So... Den müssen wir natürlich noch sehen. Ja, ich sag mal. So... Mit was kommen wir raus zuerst? Chris kann ein paar Sachen... Mord kann Musik. Ein dünner Tierwarte. Ähm... Ah, jetzt bringt er die Linda. Was soll sie denn ausrichten? Will ich den Burger Boss zuerst bringen? Ich bring jetzt mal Chris. Was? Linda kann doch gar nichts machen. Warum soll sie mich daran hindern? Zu punkten. Und damit haben wir es gleich geschafft. Gleich, 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 gleich ist es vorbei. Schau, wie du, wie du... Das war's. Das war's. Ja, das mache ich aber nicht jetzt. Ich will jetzt... Ich will jetzt hier zurück. Ich wette euch noch... So, also... Ja... Oh, jetzt... So, jetzt... Ich wisse nochmal... Nix,ix,ix. Grrrrrrrrr Okay. Oh, ich habe es. Also erstmal Musik. Party, Party. Linda. Schwede. Ja, und ganz schnell haben wir die neue Aufgabe erledigt, du hast ein Espresso, na dann trink Schau den mal, bevor es für dich vorbei ist, das habe ich auch mit zwei Gmeier-Mann Ja, ein Battle-Game, dann haben wir die Aufgabe erfüllt Ja, das mache ich jetzt nicht mehr, jetzt mache ich den Einkampf noch Zwölf Leben hat sie, gleich nicht mehr Ah, Gene Und den kann ich dann mit euch ausspielen Ah, ist das älgerlich Ja, das war so gut jetzt Ja, das war so gut Ja, das war so gut Ja, die paar Punkte kriegst du von mir aus. Fukinawa Oh, Mord. Gut, das war's. Ich muss noch schnell ein Kartenpaket kaufen. Das war jetzt wichtig gewesen. Jawoll. 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 Ah, ist das geil. Ich freu mich. Ich freu mich. Ist das geil. So, jetzt im Schalter gucken wir nochmal schnell. Ach, ist das cool. Ah, das ist sehr, sehr geil. Das war jetzt sehr, sehr wichtig gewesen. Okay. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich unser Deck ein bisschen pümpen. Ich habe hier noch ein paar Splitter. Die kann ich jetzt auch noch recyceln. Dann hätte ich 56. Und das machen wir in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal. Da wird noch ein bisschen hier dran ge... Ah, wie geil. Paintball mit Waffen. Professor Faustwarf. Oh, ich freu mich. Cool, 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 cool. Alles klar. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Ah, ist schon keiner jetzt eigentlich? Eigentlich bin ich doch jetzt... Ja. Macht's gut. Und tschüss. 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 Vielen Dank.